Bitte, welcome, bitte. PANI, PANI, FUDIBALLI, SINIGA, ILEGAL, WUPPER-Zeit. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zum ersten FIFA 22-Fack-Opening. Ja, Freunde, vielen Dank erstmal an EA Sports, die uns das Spiel schon gestern zur Verfügung gestellt haben. Also zwei Tage, bevor das Spiel überhaupt auf dem Markt erscheint. Heißt, wir konnten jede Menge Packs ziehen. Wir haben auch eine Runde gespielt, aber Packs war natürlich jetzt erstmal ein Vordergrund und die wollen wir euch auch zeigen. Wir sind natürlich immer bei Twitch am Start, deswegen checkt die Videobeschreibung ab, da gibt es Streams. Rasiert hier ordentlich mal den Like-Button. Ich würde sagen, wir haben dafür, dass wir jetzt so jeder 60, 70.000 FIFA Points rausgenommen haben, ganz gute Sachen und so. Ja, gönnt euch auf jeden Fall das Video, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und checkt alles in der Beschreibung aus, Insta, Insta, Twitch, Twitch. Und ich würde sagen, wir starten rein. Let's go. Here we go. Let's go. FIFA 22 startet, 19 Uhr. Ab sofort dürfen wir, und wir liegen jetzt hier auch nichts mehr ungewollt. Ja. Jetzt dürfen wir. Jetzt dürfen wir alles zeigen, was wollt ihr sehen, Leute. Wir können alles zeigen, Transfer, alles hier. Alter, Gänsehaut. Guck mal hier, Leute, direkt mal Transfermarkt. Guck mal, Ronaldo hier, fresche Foto-Moto hier, aber findet man nichts, ganz schwierig. Hey, Leute, schaut euch mal das Menü an. Wir haben jetzt, glaube ich, diese Reiter oben, die gab es vorher nicht, ne, mit Spiel. Nein, das glaubst du, glaube ich, vorher nicht, da war das anders hier. Das ist auch ziemlich nice. Ja, man kann jetzt hier alles mögliche, R1 spielen, dann seht ihr Rivals, also wenn man komplett alles überarbeitet. Ich zeig euch jetzt mal hier so ein Vorbesteller-Pack, also im Shop habt ihr die Auswahl, bei Gold-Packs zwischen dem Vorschau-Pack und... Fuck. Das ist nicht stark. Ha. Scheiße, Mann. Stefan hat ganzes Wasser umgekippt. Ach, geil. Ja, ja, ja. Wieso kommen bei dir alle raus, Mann? Oh, Elle, der ist stark. Der ist echt gut, Mann. Der ist gut, Premier League, Brasilianer, alles über 70. Oh, Frankreich ist gut. Oh, der ist sehr gut. Du Rund, Alter. Du bist ein Schwanz, ey. Ja, du kannst mich im Mund nehmen. Egal, und ich habe seinen Bruder gezogen, ey. Das kann ja gar nichts, ey. Der müsste heftig sein, er ist der beste Linksverteidiger im Game. Ja, geil, Alter. Was neidest du jetzt, ne? Ich lege Auge. Könnte doch einfach. Nur vier Stern ist gut. Oh, oh. Digga, willst du mich verarschen, Alter? Oh, Juri. Der zieht nur 83er, Mann. Juri. Juri Boyka. Oh, Charlie ist auch noch dabei. Er ist auch noch 20k. Ja, gutes Pack. Ja, ja, ja. Digga. Was ist denn hier los, Alman? Davide und Zapata. Zwei in ein Pack. Ja, wie viele Spieler sind hier drin? Ey, Chad, der hat ja echt EA Account, oder? Alex Dechera. Portugal, Digga. Ich hab 80 Dribbling gemacht. Er war viel zu lang. Stell dir mal vor, der hatte 90 Pace, dann wäre der krass. Aha, da kommt was, da kommt was. Oh, Silber. André Silber. So viel Pace. Aber man hat schon direkt gesehen, da kommt wirklich an den Seiten kommt Confetti raus. Leute, Ronaldo hätte es nicht sein können, weil sonst hätte man den schon gesehen. Also, wenn ein Walkout ist, du siehst den Spieler schon wirklich schnell vor, du siehst den dann so kommen, Alter. Einfach so CR7. Ja, mal gucken, wir haben noch keinen Walkout jetzt gezogen gehabt, ne? Ne. Ne. Theo Hernandez. Ah, guck mal, Price range. Ah, Walkout, Jordi Alba. Wie kacke, du erkennst den Kurs? Siehst du ja schon im Trikot. Was ist das denn, Alter? Der kam raus, ich sehe an seinem Trikot, Jordi Alba. Hinten, ne? Ja. Voll scheiße, hätten die wenigstens das wegmachen sollen. Siehst du schon, am Trikotnamen hinten erkennst du das? Nein. Diese 30 Euro für extra Beflockungen sind drauf. Was glaubst du, wer ist der beste Spieler der Liga? Karim? Karim, the dream? Ah. Ja. Oh. Oh, du Hund, Alter. Vini. So ein Hund, ey. 80er Rating, ey. Es ist krass, ich hab den gezockt. Der wird... Also normalerweise, wenn der keine Price range hätte, würde der schon seine 50k kosten, oder? Sagt jetzt du, Casemiro, ist der Typ wirklich so krass? Hat der wirklich ein 89er Rating verdient? Ja, 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 ja. Oh. 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 Doppeldele. Ja. Bisher keine Walkouts, aber die Spieler sind schon stark. Junge, 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 Junge. Wo ist man? Das ist reich, Alter. 5 Sterne, 5 Sterne. Ach du Scheiße. 4 Punkte, komm. Wer kommt? Let's go. Oh, Barella, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Der ist gut. Und jetzt können auch gerne deine guten Spieler kommen. Dein Spieler wird auch was wert sein. Barella ist richtig gut, Mann. Was eine Scheiße. Und Kammerwinger. Was ist das denn für ein Peck, Digger? Ja, ja, ja. Barella? Also Barella wird schon... Oh, musst du was wert sein. Barella, Alter. Komm, mein Spieler ist größer als deiner. Größer. Ja, größer. Jetzt kommt der wieder einmal mit dem Torwart um die Ecke. Oh, oh, der ist groß. Der ist groß, der ist groß. Digga. Der ist groß. Oha, Walkout. Guck mal, du mit deinem kleinen Pisser da. Oha. Man sieht auch direkt wieder Handanovic, ne? Boah, da bin ich gerade erschrocken, Alter. Da kommt da so ein Riese raus, ey. Ja, geil. Ich sah größer und der zieht Handanovic, ey. 1 zu 1. Okay, mein Spieler ist älter als deiner. Komm. Älter, ja? Älter. Ja, meiner ist älter. Komm. Oh, ey. Was ist das? Oh mein Gott, Bernano Silva. Oha. Der nächste Walkout. Was ist das denn? Digga. Boah, das hätte doch Christiano sein können, ne? Letztes Jahr bei der Animation wäre mein Herz stehen geblieben. Junge, 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 Alter. Ich habe es gar nicht erklärt. Ich habe erst mal auf den Sponsor geguckt unten, ne? Ach so. Ich wusste gar nicht, wer jetzt da noch. Deiner ist voller alte Sack. Den gibt es schon seit gefühlt 20 Jahren. Ja, 4-2 für mich. Ja. Oh. Auch. Oh. Oh. Let's go, Alter. Ey, beide mal nebeneinander jetzt gezogen. Ja. Jawohl. Äh, jetzt muss ich abstoßen. Oh, Herr Ful. Nein, krank. Krank. Oh, oh. Laporte. Oh. Digga, Mann. Warum kommen denn diese scheiß Walkouts, ey? Oh. Ja, komm, bitte. Oh. Ricardo Pereira. Echt so weg. Brasil MS. Roberto Firmino. Volgatis back. Der war doch auch immer bei den Events dabei. Oh, Walkout. Tiago. 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 Ah, Walkout. Aber Tiago. Oh, Walkout. Oh, groß, Mann. Jetzt kommt der Walkout. Bruder, muss groß. Aber was willst du denn mit dem? Ach, Scheiße. Aber der kann die 3-Belle spielen, ne? 93 Pass. Was ist das alles? Ja, komm, bitte. Ja, wieder Varela. Wieder Varela. Das sind die 84er, die gut sind. Das ist zwar kein Rashford, aber so seine 50k bringt er am Ende auf jeden Fall. Ja. Ja. Walkout. Buskets. Hast du gesehen? Ja, aber der kam voll spät. Der kam reingeslidet. Der kam unnormal spät. Du Scheiße, einfach Opa. Und wie alt sieht der aus? Oh, der sieht wirklich aus wie 52. Dinger. 4, 4, Leute. 4, 4, aber Buskets? Walkout. Buskets. Busfahrer Buskets. Suarez. Ich bin gerade pausiert. Walkout Suarez. Ja, nee, mach die pausierende Aufnahme. Luis Suarez. Walkout. Ja, nee, wo sind deine Walkouts? Können wir hier kurz reinschreiben, chat, wie viele Walkouts sind von dem? Ja, ich weiß nicht. Aha. Wer ist das? Wer ist das? Oh mein Gott, ich dachte Bruno Fernandes. Ich auch. Ey. Bernardo, Bruno. Ich dachte, wer kommt denn da angelaufen so mit den Haaren? Okay, let's go. 50 K-Pack, Leute. 50 K-Pack. Und? Aber es könnte noch was drin sein. Ein bisschen was Wertszeile maximal können drin sein. Das ist der falsche Hernandez. Ach du Scheiße. Ich überschäufe dein Verein. Oh. Oh. Zum Zweiten. Junge, was ist das für ein Feuer, Alter? Come on. Hast du den Gasgrill angemacht, oder was? Nummer zwei. Junge, Alter. Das ist Neujahr. Ich dachte, das sei jetzt in Wappé, ne? Ich wusste auch nicht, wer es ist, aber es muss doch was Kusses sein. Junge, wieder reingerutscht. Wie hell das war alles, Digga. Come on. Beide mal. Big Bull, Big Cock. I want a Big Bull. Ah, na, das ist doch so eine Kacke, Alter. Oh, ich wusste, er kommt. Ich hab's irgendwie gefühlt. 48k. Oh. Alisson. Was ist das denn in welchem Pack? Im Zweispieler-Pack. Was ist das denn, Alter? War das gerade Back-to-Back? Was war denn davor nochmal drin? Jum, ne? Direkt im Pack davor. Emre Jum. Alisson. Und das war irgend so ein komisches Zweispielerset. Und deine SPC bist für den Arsch. Mega. Und noch Adams. Opel Adams. Digga, willst du mich verarschen? Oha. Ach komm, geh nach Hause, Alter. Ab nach Hause mit dir. Komm jetzt, ihr Hunde, Alter. Gönn jetzt, du Hundesohn. Komm, du Pisser. Brr. Geil, Digga. Immerhin Walkout. Scheiße. Man sieht direkt, Rummels. Okay, wir haben... Bei ihm. Oh. Der ist gut. Der ist gut. Hast du gesehen? Ja. Ich dachte, da kann nicht sein. Boah, 100k. Ja, ist das geil, ey. Also komm, ein Walkout geht. Komm schon. 50k weg. 50? Ja. Nein, das ist... Und der Mann, das gibt es noch. So, zweites 50k weg von mir. Erster war ein Walkout. Mal gucken. Mal gucken, wer zweite wird. Komm schon, walk it, walk it. Jo, wer ist das? Ederson. Oh. Das ist schon ein gutes Rating. Das ist ein gutes Rating. Let's go. Gumon. Zwei Packs, zwei Walkouts. Ja. Egal. Oh. Ah. Ich dachte erst mal, es könnte Sterling sein, aber Jack Grealish. Warum denn? Nur weil er 100 Millionen gekostet hat? Ja, er ist so unsympathisch dafür. Ah, ja. 100 Millionen für den? Der leckt. Oh mein Gott, Gomez. Was ist das denn für ein Pack? Uh, ist mir egal, was ich gleich abstoße. Ey, ganz schön von der Mutter, Alter. Wenn einer einen Ja-Ja-Kontakt hat, ist das der hier. Was? Ja, Freunde. Das war's vom Video. Ihr durftet natürlich dreimal raten, wer hier was gezogen hat. Ey, ne, ist aber die Tage. Kommt der, kommt der an. Ja, kommt der an. Ich hatte nicht so die beste Ausbeute. Ich bin ein bisschen krank geworden, Leute. Meine Stimme, ne? Ja, das kommt vom ganzen... Ja, komm, ey. Von den ganzen Exzessen, ne? Ja, komm. Ja, Leute, das war's vom Video. Ausbeute war in Ordnung, oder? Schreibt's mal rein. Ja, aber okay, komm. Ne, was willst du machen? Ne, heißt aber nicht okay. Ja, bei mir ist immer so. Aber irgendwann schallert's rein. Letztes Jahr hatte ich noch Maradona gezogen, 95, ne? Zum selben Zeitpunkt. Also, Daumen nach oben da lassen. Alles in der Beschreibung abchecken. Und wir sind raus. Haut rein und ciao.